Wenn Sie es interessiert, wie es weitergeht mit der Galactica, heute in einer Woche am 14. Juni senden wir in S3 Mission Galactica Angriff der Zyklonen. So, nur noch ein kurzer Blick auf die Sportnachrichten. Das Fußball-Länderspiel Deutschland-Jugoslawien in Luxemburg ging 4 zu 2 für Deutschland aus, Halbzeitstand 2 zu 0. Und nun zu Legama und dem fliegenden Fass. Ich darf Ihnen viel Spaß wünschen und mich jetzt schon verabschieden.